Moin! Hallo ihr Lieben! Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass jemand da ist. Das ist mein allererstes YouTube-Video. Ich bin auch ganz nervös, aber ich spreng mich für euch an, dass es nicht allzu chaotisch wird. Ja, kurz vorstellen. Ich bin Anna. Hallo! Wer mich vielleicht von Instagram kennt, Anna Weasley Art heiße ich dort, genau wie hier. Ja, ich bin jetzt schon länger auf Instagram unterwegs, gebe auch schon länger Workshops, aber ich habe jetzt auch mal richtig Lust, YouTube-Videos zu machen und ja, auch hier kreativ mit euch zu sein, euch vielleicht ein paar Inspirationen dazulassen und ja, einfach bunt austoben. Auf Instagram zeige ich ja meistens eher vor allen Dingen ATCs, also Artist Trading Cards. Das ist eine große Leidenschaft von mir, die gestalte ich gern interaktiv. Außerdem zeige ich Grußkarten, Geschenkboxen, Explosionsboxen. Was da aber bisher noch nicht so zu sehen war, ist auch ein großes Hobby von mir und zwar das Junk Journaling. Ja, deswegen ist das erste Video jetzt dem Junk Journaling gewidmet. Und zwar möchte ich eine Tasche machen für mein nächstes Journal, was in Planung ist. Ja, und da dachte ich mir, da nehme ich euch mit, weil auch schon einige auf Instagram, wenn ich das Papier, wie ich das bearbeitet habe und so gezeigt habe, haben die immer gefragt, wie machst du das eigentlich? So, prinzipiell habe ich mir das nicht ausgedacht. Ich habe die Anleitung davon bei Jutta von Junkelkram gefunden. Das setze ich euch natürlich auch mal unten in die Infobox. Schaut gerne mal bei ihrem Video vorbei oder auch generell auf ihrem Kanal. Sie macht ganz, ganz tolle Videos. Und ich wandle das dann halt so für mich ab, wie es dann mir gerade so in den Kram passt. Weil sie zeigt ja immer das Grundgerüst, sage ich jetzt mal. Und dann kann man das natürlich ganz individuell gestalten, wie man das dann halt für seinen Journal braucht. Ja, für diese Tasche stelle ich mir jetzt erst mal dieses fake handgeschöpfte Papier her. Dafür braucht man einfach ein Platt A3 Papier. Ganz ordinär von so einem Schulblock, wie man das früher in der Schule immer hatte. Und den bestempel ich mir jetzt erst mal ein bisschen mit diesem Schriftstempel. Den gibt es bei Funke Kram im Shop. Und zwar mit Archival Ink, weil wir da gleich mit Wasser drauf rumtanschen. Es geht auch mit Stayzone oder anderen wasserdichten Farben. Aber ja, es ist halt wichtig, dass es dann nicht verläuft. Und dann stempel ich mir hier erst mal wild auf dem Platt rum, so wie es mir gefällt. Ganz wichtig ist, dass ihr euch ein Backpapier drunter legt. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Glasmatte hier drunter. Und ich hatte es leider schon einmal der Fall, dass mir ein Papier dann so verhunzt ist, weil das so dermaßen auf dieser Glasplatte festgeklebt ist, dass ich das nicht mehr mehr retten konnte. Deswegen lege ich mir jetzt immer ein Backpapier drunter. Dann kann man das auch zum Trocknen schön auf Seite tragen und man hat später keine Probleme damit, es wieder abzulösen. Ja, wie ihr seht, das mache ich jetzt einfach hier ganz grob und unordentlich. Das ist ja Junk-Journal. Deswegen mache ich das so gerne als Ausgleich quasi zu den ganzen Karten und Boxen, die ich auch super gerne mache. Aber da muss man ja wirklich immer jeden Millimeter genau ausmessen, damit diese Boxen funktionieren und so. Ja, und beim Junk-Journaling kommt es halt echt nicht so drauf an. Da kann man auch mal ein bisschen schludrig sein und das fällt dann gar nicht auf. Und ich mag es einfach dann spontan zu gucken, wo die Reise hingeht. Ich mache mir da meistens keinen großen Plan, sondern improvisiere. Und ja, das gefällt mir gut. Das ist mal gut zum Abschalten und runterkommen, zum Entspannen für mich. So. Genau. Jetzt nehme ich mir hier mein Wasserklebergemisch. Ich habe da einfach den Junk-Journal-Kleber genommen, den es auch bei Funke-Kram gibt. Und mit ein ganz kleines bisschen Wasser verdünnt, dass der halt ein bisschen flüssiger wird. Aber ihr könnt auch, denke ich, ordinären weißen Bastekleber benutzen. Wird, denke ich, auch kein Problem sein. Und dann beginne ich, das Ganze damit einzustreichen, großzügig. Ich mache nicht immer direkt das ganze Papier, weil dieser Kleber recht schnell antrocknet. Ich mache meistens erstmal eine Hälfte, weil ich mir da gleich noch ein bisschen was drauf schnibbeln werde als Dekoration, damit das ein bisschen mehr Dimension bekommt, das Ganze. Werdet ihr dann sehen. Ich habe mir nämlich als nächstes Journal-Projekt möchte ich mir gerne einen Elfen-Journal machen. Und das soll halt sehr, ja, Natur angehaucht sein. Und, aber trotzdem natürlich auch magisch wegen den Elfen. Deswegen habe ich mir hier diese bunten Federn rausgesucht. Und hier diese Fake-Efeu-Pletter. Das wollte ich mal ausprobieren, ob die nicht zu dick sind, ob ich mir die da gleich drauf verteilen kann. Dann aber erstmal nehme ich mir hier diese Federn. Ich glaube, ich hätte jetzt erstmal gerne die Lila. Eine Schere. Und dann schnibbel ich mir so ein bisschen von der Feder auf das Papier. Ihr könnt da auch Jute-Band nehmen oder Geschenkband. Ganz toll geht auch diese, äh, einfach diese Naturkordel quasi. Die ist ja auch schön faserig. Die kann man sich auch sehr gut da drauf verteilen. Oder halt Federn in anderen Farben. Das gibt halt, äh, ja, so ein bisschen Struktur auf dem Papier, ne? Trotzdem auch ein bisschen in dem Fall ja hier mit der bunten Feder ein bisschen Farbe. So, ich gehe aber noch mit einer anderen Farbe drüber. Ich glaube, das Blau fände ich dann noch ganz schön. Das wird eine ganz schöne Matscherei in dem Video. Aber rummatschen macht mir sehr viel Spaß. Ich arbeite ja auch immer gern mit Tinten und sowas. Werdet ihr dann hier auch noch zu sehen bekommen. Wenn ihr mir gerne folgen möchtet oder meine Videos verfolgen möchtet. Und wie gesagt, ich bin noch Anfänger. Deswegen verzeiht mir, wenn die Videos vielleicht am Anfang jetzt nicht perfekt ausgeleuchtet sind oder perfekt geschnitten sind. Ich gebe mir Mühe. So, und jetzt wollte ich gucken, ob ich die hier irgendwie da drauf kriege. Oder ob die zu dick sind. Ich weiß nicht, ob die zu viel abstehen, weil die nicht so ganz gerade sind. Ich glaube, das funktioniert leider nicht. Die kann ich leider nicht drauf packen. Weil da kommt gleich eine Serviette drüber. Das ist dann zu dreidimensional. Die benutze ich dann später als Deko. Nicht für hier drauf. Genau. So. Dann streiche ich den Rest weiter ein. Um dann auf der anderen Seite auch die Federn drauf zu machen. Das mache ich jetzt schnell mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tadaaa. Alles mit Federn geschickt. Ich habe noch hier von einer rosanen Feder was genommen. Und jetzt brauchen wir Servietten. Zwei Stück. Und zwar brauchen wir aber nur, da sind ja verschiedene Schichten auf dieser Serviette. Und wir brauchen wirklich nur die unterste weiße Schicht. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt eine schöne Serviette habt, die euch besonders gut gefällt. Das muss da auch dafür nehmen. Dann sieht man halt nicht so viel von dem, was ihr darauf stempelt oder macht. Aber ich möchte jetzt wirklich nur das weiße haben. Und muss jetzt mal gerade versuchen, das hier runter zu fummeln. Nicht immer so einfach. Na. Da habe ich es. So. Wirklich die unterste Schicht davon. Weil auf der mittleren Schicht ist meistens auch noch ein bisschen von dem Muster zu sehen. Und ich möchte ja wirklich durchsichtig jetzt haben. Okay, das war Nummer zwei. Und die nehme ich jetzt und zerknitter sie. Ups, die nicht so gerade sind. Ich möchte da nämlich eine schöne Struktur reinbekommen. Dann werden die hier drauf gelegt. Und dass es am besten ein bisschen drüber steht. Damit auch alles nahtlos mit der Serviette bedeckt ist. Hier gucke ich immer an, dass sich das ein bisschen überlappt. Gut. Und das wird jetzt vorsichtig mit einer Schicht Kleber bedeckt. Da müsst ihr ein bisschen sanfter sein, weil die Serviette sonst schnell reißt. Aber selbst wenn sie reißt, das ist auch kein Drama. Dann nehmt ihr euch einfach ein Stück Serviette und geht nochmal drüber. Das fällt am Ende gar nicht mehr auf. Weil wir das ja auch noch mit Stempelfarbe distressen. Also ich mache es zumindest. Ich weiß ja nicht, falls ihr das nachmacht, ob ihr das machen wollt. Aber mir ist das platt sonst zu weiß. Das wird am Ende noch ordentlich distressed. Ich balsamiere das jetzt hier schön ordentlich ein und gucke immer, dass hier oben die Kanten und Ecken auch gut bedeckt sind. Und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. Wie man sieht, bekommt das Papier dadurch diese tolle Struktur. Also ich hoffe, man kann es in der Kamera erkennen. Ich gehe halt nicht immer in dieselbe Richtung. Also ich mache mal so rüber und dann mal wieder so rüber, damit die Serviette sich auch unterschiedlich legt. Bis man dann wirklich alles erwischt hat. Das ist eine meditative Aufgabe auf jeden Fall. Wenn ich jetzt kein Video drehen würde, würde ich wahrscheinlich ein Podcast laufen haben oder so. So, gleich habe ich es geschafft. Das Projekt ist halt etwas, was nicht an einem Tag fertig ist. Weil das lange Trocknungszeiten immer hat. Also da müsst ihr schon ein bisschen Geduld mit einplanen. So. Denn diese Schicht muss jetzt trocknen. Und danach muss ich noch die andere Seite kollagieren. Also für mich zumindest. Wenn man die weiß lassen will, kann man die natürlich auch weiß lassen. Ich möchte die andere Seite gerne mit alten Buchseiten dann kollagieren. Aber das zeige ich euch dann, wenn das getrocknet ist. Das muss jetzt erstmal ein paar Stunden gut durchtrocknen. Vielleicht sogar über Nacht, wenn ihr es abends macht. Ja. Also. Wir sehen uns dann später wieder. Bzw. Für euch ist es ja nur ein paar Sekunden gleich später. Okay. Das Ganze ist jetzt durchgetrocknet. Und jetzt kann man das ohne Probleme hier vom Backpapier ablösen. So. Die überstehenden Sachen lasse ich noch dran. Weil ich ja auch jetzt die Rückseite erstmal kollagieren möchte. Und zwar benutze ich da Seiten aus diesen Büchern. Da habe ich die meisten Seiten schon. Oh. Das ist schon ein leeres. Da muss ich gleich nochmal gucken. Da habe ich die meisten Seiten schon rausgeräubert. Aber ein paar sind noch drin. Ja. Da brauche ich die, die reichen, denke ich. Ähm. Aus dem Einwand wollte ich dann irgendwann nochmal was machen. Ne. Ist ja zu schade zum Wegwerfen. Ja. Das sind diese, ähm, Flower Fairy Bücher. Die kaufe ich immer gebraucht bei Medimops oder Rebuy oder so. Und zerleg die dann immer. Ich habe ja auch ganz viel ATCs schon mitgemacht. Ja. Da schneide ich mir einfach hier grob die Seiten raus. Und dann kann ich die halt für die Innenseite als Collage benutzen. Ich habe jetzt nochmal alle rausgeschnitten. Und dann nehme ich mir nochmal mein Blending Tour schon mal parat. Und mein Vintage Foto. So. Und dann reiße ich mir die schon mal in Stücke. Achso. Da kannst du bleiben. Ich färbe die auch schon mal ein bisschen ein. Bei den Bildern, die möchte ich auch nutzen. Gucke ich welche mir besser gefällt. Die hier. Und dann schaue ich natürlich, dass ich mir die erhalte beim Reißen. Ihr könnt da aber auch irgendwelche Seiten vom Flohmarkt nehmen. Ich habe da auch ganz viele alte Sachen einfach rumliegen. Die ich günstig auf dem Flohmarkt gekauft habe. Oder halt alte Bücher, die ihr auch sonst irgendwo her habt. Von Oma, von der Tante. Da reicht wirklich alles aus für. Ah, das hier passt halt jetzt thematisch gut. Und ich habe sie noch da. Okay, ich habe mir jetzt schon mal einen Stapel hier zurecht gemacht. Und ich habe gerade gedacht, um ein bisschen Material zu sparen. Gucke ich schon mal von der Größe her. Ja, weil ich da sicherlich schon ein bisschen was abschneiden kann. Da muss ich nicht so viele Buchseiten jetzt natürlich benutzen. Also, ich denke von der Höhe so ungefähr. Und dann die Klappe kann ein bisschen abgeschnitten werden. Könnte man jetzt ausmessen, aber bin ich zu faul für. So. Ich mache hier noch so ein kleines Stückchen ab. Damit man später besser reingreifen kann. Ein bisschen Trader noch. So. So ist, denke ich, ganz gut. Weil dann knicke ich so. Der Knick ist nämlich ein bisschen weiter hier oben. So, seht ihr das? Dann hat man hier ein bisschen besseren Einpack. Ich weiß nicht. So, das ist noch ein Stückchen. Ich lasse es gerade erst mal so. Das entscheide ich im Nachhinein, ob ich dann noch ein Stückchen abschneide. Aber das nehme ich auf jeden Fall noch ein bisschen von der Breite weg. So breit brauche ich die Tasche nicht. Die soll ja auch ins Journal passen. Ich nehme mir am besten mal meine Körnelvorlage. So. Und ich möchte so eine Einstecktasche haben, wo die reinkommt. Oder sie einkleben. Das muss ich noch entscheiden. Ungefähr. So. Ja. So ist, denke ich, eine gute Größe. Und dann kann ich hier starten mit Kollagieren. Vielleicht reicht es vielleicht auch nicht. Dann kann ich gleich nochmal ein paar nachschneiden. Einfach wieder mit dem Kleber-Wasser-Gemisch einbalsamieren. Ich glaube, das heißt nicht einbalsamieren, aber ich sage das immer. Und dann überlege ich mir, das ist ja die Klappe. Und da kommen ja dann tendenziell die Bilder hin, damit man die auch dann sieht. Und dann kommt da einfach nochmal zum fixieren drüber. Ist deswegen ganz gut, wenn man sich im Vorfeld überlegt. und die Tasche schon zuschneidet. Dann weiß man ja, wo man schönere Seiten eventuell hin klebt. Und wo dann die normalen. Ich gucke auch, dass es so ein bisschen am Rand drüber guckt. Damit ich das später einfach abschneiden kann. Hier geht dann so ein bisschen von der Vintage-Foto was ab. Aber es sollte nicht so schlimm sein. Es reicht zumindest, dass der Effekt noch da bleibt. Das mache ich jetzt mal und zeige euch später das Ergebnis. Okay. Ich musste noch ein bisschen was zuschneiden zwischendrin. Aber... Ach ne, da oben die Ecke fehlt noch. Dann habe ich alles fertig kollagiert. Und dann kann das wieder zum trocknen weg. Also erstmal wieder ein paar Stündchen warten. Ich sag ja, ein bisschen Geduld braucht man bei dem Projekt. Danach gibt es nochmal eine Trocknungszeit. Weil wir das Ganze noch mit Mod Pod versiegeln. damit da auch nichts dran kommt. Damit die Tasche schön stabil ist. Ja. Deswegen erstmal wieder trocknen. Alles wieder wunderbar getrocknet. Jetzt schneide ich alles überstehende einmal ab. Nicht wundern, wenn ihr hier irgendwie... Ich weiß nicht was ihr seht. Ne, ihr seht nur das hier. Wunderbar. Ich habe zwischenzeitlich ein anderes Projekt hier auf dem Tisch liegen. Habe es ein bisschen auf Seite geschoben, damit ich gerade das Video weiterträgen kann. Weil die Wartezeit kann man ja auch sinnvoll nutzen. Wäre ja quatschen, nur daneben zu sitzen und beim Trocknen zuzugucken. So. Ach, ich finde das ist richtig schön geworden mit diesen bunten Fasern da drin. Haar, herrlich. Mögt ihr Fäden Zeug? Ist ja nicht jeden seins, aber... Oh. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber ich musste kurz zu meinem kleinen Sohn. Der ist wach geworden. Das ist nämlich jetzt hier mittlerweile Abend. Und er liegt im Bett. So, ich hoffe, dass er jetzt wieder weiter schläft, damit ich hier weitermachen kann. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Erst stimmt, ich hatte euch gefragt, ob ihr Feenzeugen mögt. Ist ja nicht jedermanns Sache. Ich persönlich liebe Feen. Es muss bei mir auch nicht zu kitschig sein. Wie gesagt, ich mag es dann eher so in die Naturrichtung einfach. Aber ich mag es. So, dann kommt jetzt wieder mein Wischer zum Einsatz. Außerdem Vintage Photo und Ground Espresso. Weil bevor wir das mit Mod Pod gleich versiegeln, wird es noch ein bisschen eingefärbt. Und stießt du da so ab. So. Jetzt mach ich einfach an den ganzen Rändern. Erstmal mit Vintage Photo und dann gleich noch zum Verdunkeln an manchen Stellen mit Ground Espresso. Einmal bin ich jetzt komplett um den Rand drüber. Und dann gehe ich auch gerne, wo dann später die Knicke sind, kann ich mir auch mal... Na, wo ist mein Falzbein hier? Einmal mit dem Falzbein gut nachfahren. Und dann gehe ich auch diese Kanten entlang. Und die geknickt sind. Weil da ja auch, wenn es jetzt wirklich ein Vintage Teil wäre, Abnutzung stattfinden würde. So, dann hat das Ganze schon wieder ein bisschen mehr Struktur. Und ich gehe auch so ein bisschen kreisend in die Mitte rein. Damit es sonst zu strahlend weiß ist. Das darf ruhig ein bisschen schreckiger aussehen. Dann gehe ich zum Abdunkeln noch an manche Stellen mit der dunkleren Farbe rein. Die habe ich leider nur als Oxide da. Die fehlt mir noch als Ink. Ich habe halt nicht alle Farben von allen beiden da. Aber das kann man auch kombinieren. Mich stört das jetzt nicht. Irgendwann werde ich bestimmt mal ein größeres Sortiment haben. Aber das muss man sich ja auch alles nach und nach anschaffen. Und so funktioniert es auch schon ganz gut. Damit gehe ich auch so ein bisschen in die Mitte. Und auch ein paar dunklere Stellen rein zu bekommen. Und hier innen gehe ich auch noch ein bisschen. Zumindest im oberen Teil drüber. Den man dann aufklappen dann auch relativ gut sehen wird. Wenn man reingreift, das hat zumindest optisch so ein bisschen was dran ist. Gut. Und jetzt wird das von beiden Seiten mit Mod Podge eingerieben, eingepinselt. Und zwar nehme ich den Mod Podge Antique Matt. Der hat noch mal ein bisschen anderes Finish als der normale Mod Podge. Ich kann euch den normalen auch mal grad zeigen. Das ist der, sag ich mal, normale Hardcoat Mod Podge. Der trocknet halt so leicht glänzend. Hier das heißt zwar Antique Matt, es ist nicht wirklich matt. Aber es hat halt, wie im Namen schon vorkommt, so einen leicht antiken Look. Und der gefällt mir ganz gut. Gut. Das schmiere ich damit ein. Und wenn das getrocknet ist, zeige ich euch das mal, was ich damit meine. Ich finde, durch dieses Mod Podge bekommt das Ganze nochmal so eine richtig schöne andere Farbe. Und man sieht aber trotzdem noch die schönen bunten Federteile durch. Natürlich sieht das jetzt ein bisschen Vintage mäßiger aus. Aber man kann es trotzdem noch gut erkennen. Ich finde es richtig schön geworden. Hier steht noch so ein Fitzhütchen ab. Supi. Jetzt können wir ans Zusammennähen gehen. Dafür falze ich das hier erstmal nochmal alles ordentlich nach. Guck auch nochmal zur Sicherheit, ob das auch die Flöße her noch passt. Das sind hier meine Journalvorlagen. Ja. Passt. Passt, passt, passt. So, ich möchte die Laschen hier aber nicht gerade lassen, sondern abrunden. Also hier diese Lasche. Ich werde die aber, jetzt bin ich überlegen mit der Schere. Ne, ich glaube ich nehme einfach einen Eckenabrunder, damit ich da die schöne Elfe nicht zerstöre. So. Nehme ich mir jetzt einfach einen Eckenabrunder zur Hilfe. Ja, der hat ein bisschen zu kämpfen mit den vielen Schichten. Jetzt ist es nicht ganz perfekt geworden. Da helfen wir ein bisschen nach. Ja. Ja. So finde ich schön. So blieben. Das wird jetzt hier einmal bis oben hin gelocht. Zack, 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 zack. Und dann fädeln wir da Schnur durch, um das Ganze zusammen zu nähen. Ich muss nur gerade gucken, hier guckt irgendwie was ab. Da ist es nicht ganz gerade. Ich möchte euch mal was vom Deckel absäbeln. Das muss jetzt schön gerade sein, bevor wir es zusammen nähen. Ja. Jetzt ein bisschen. So. So sieht es ein bisschen ordentlicher aus. Ja. Finde ich gut. So. Ich nehme mir zum Lochen meine Cropidile, einfach weil ich sie habe und es damit wunderbar einfach geht. Ihr könnt aber auch einfach eine Schneidunterlage und eine Prickelnadel nehmen. Nur dann müsst ihr es je nach Schnur halt ein paar Mal nebeneinander machen, damit die Löcher breit, also vom Durchmesser her genug sind. Ich zeichne mir das jetzt noch so ein bisschen an, wo ich da lochen möchte. Gucke ich jetzt einfach mal. Ich denke vom Rand weg bleibe ich einen Zentimeter und dann alle anderthalb. Zentimeter mache ich einen Punkt hin. Gott, ich muss immer, man sieht immer so schlecht mit der Kamera direkt vor der Nase. So. Ja. Das geht wunderbar auf. Eine Seite auf. Also ein Zentimeter vom Rand weg und dann alle anderthalb Zentimeter. Nehme ich die kleinere Seite von der Cropidile. So eine Cropidile ist halt wirklich praktisch, wenn ihr viel bastelt. Und man kann damit ja auch so tolle Ösen reinmachen. Das ist so Eyelids, um das quasi zu verstärken. Werde ich jetzt in dem Fall hier nicht machen, weil die Tasche ja einfach nicht viel Kraft ausgesetzt ist. Die ist ja quasi nur in einem Journal drin und fliegt nicht in meiner Handtasche rum. Oder beinhaltet dann keine schweren Sachen, sondern nur, keine Ahnung, ein paar Zettel und ein paar Tags oder so. Deswegen geht mir das dann zu weit da irgendwie das Material dafür aufzuwenden, da so viele Ösen reinzumachen. Aber wenn ihr das natürlich wegen der Optik haben wollt und die Möglichkeit habt, dann macht das. Es sieht natürlich schön aus. Mir ist das Material dafür gerade zu schade. Zum Zusammennähen nehme ich hier so gewachste Baumwollschnur. Davon fädele ich mir großzügig was ab. Und dann mache ich mir das Ganze auf und gehe von der Rückseite erstmal rein und knote das fest. Dann liegt der Knoten nämlich innen. Dann sieht man den nicht. Dann ist der schön versteckt. Das kann man hier noch ein bisschen abschneiden. Dann gehe ich durch das unterste Loch auf der Vorderseite durch. Dann gehe ich einfach abwechselnd durch beide Löcher durch und nähe es mir zusammen. Das ist ja ohne Nadel, aber nicht eine Art des Nähens, sage ich jetzt mal. Einfädelndes. Gucke, dass es schön stramm auch sitzt. Dass die Tasche schön zusammen ist. Ich habe ja auch einen viel zu langen Faden abgeschnitten. Aber ich denke mir immer lieber zu lang als zu kurz. Dann hat man immer ein Problem. Und die Reste schmeiße ich ja nie weg. Die behalte ich immer. Ich habe so eine kleine Kiste, wo ich so Schnur- und Bänderreste aufbewahre. Die kann man immer gebrauchen. Gerade weil ich ja viele ATCs mache. Da braucht man dann auch oft einfach kleine Stücke. Deswegen verschwendet wird hier nichts. Ihr solltet auf jeden Fall ein stabiles Band dafür mitnehmen. Dünnes Nähgang wäre jetzt vielleicht nicht so geeignet. Und das macht ja auch optisch was her. Diese gewachste Baumwoll-Schnur hier finde ich. So. Dann wieder hier durch. Jetzt überlege ich gerade. Damit man es auch nicht. Genau. Ich gehe einfach. Also ich bin jetzt hier durchgegangen. Und ich gehe jetzt nochmal hier hinten rein. Damit ich die Schnur auch wieder verstecken kann. dann ist die letzte hier so an der Seite. Aber das finde ich als Abschluss eigentlich auch ganz süß. Erkennt ihr das? Ja. Dass die hier rüber so ist. Dann kann ich aber hier. Das erstmal ein bisschen kürzen. Dann habe ich es ein bisschen einfacher. Dann kann ich das hier nochmal. Knoten. Das ist ein bisschen fuddelig. Das mache ich zweimal. Also da quasi durch diese. Hinter dem Knoten vorbei. Da. Durchziehen. Dann hier durch das Loch. Und festziehen. Dann habt ihr. 2 gute Knoten drin. Dann abschneiden. Eine Seite schon mal zugenäht. Und das gleiche. Machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. und ich glaube es reicht sogar das reststück hier müsste ausreichen also wieder von hinten rein der zug noten damit der knoten in versteckt liegt und hoch fädeln das mache ich jetzt schnell mal so fertig vernäht das ist die kasse dann erstmal mit schön viel platz drin und jetzt geht es an die deko ok jetzt habe ich mir die deko und den verschluss überlegt für den verschluss möchte ich gerne so einen wickelverschluss machen dafür habe ich mir hier mit handstands an zwei verschiedene kreise aus alter pappe einfach ausgestanzt ich glaube fünf stück und habe die aufeinander geklebt habt ihr in der mitte gelocht mit der cropper 3 und möchte die dann quasi hier und hier unten so befestigen und als deko diese spitzen drauf verteilen weil bei einem elfen journal darf auch spitze nicht fehlen finde ich die sind im übrigen von funkelkram genau und ich möchte vorher denke ich noch diese hier anbringen die finde ich ganz nett die habe ich auf der koppel ins kreativ messe gefunden finde ich so schön und klapp die gebe ich jetzt zuerst mal an am rand den kleber drauf der pendel ist nicht gut da für seinen job das versuchen jungs zu kleben das mit der spitze funktioniert die gab es in so einer kram kiste da gab es dann ich glaube sechs stück für keine ahnung drei euro oder so also ganz viele verschiedene spitzen und bänder und da konnte ich nicht nein sagen die hat ich nämlich einfach vielen journal geschrieben und fehlen könne ist ja schon lange ein wunschprojekt von mir deswegen bin ich jetzt froh dass ich sie habe und das journal jetzt umsetzen kann ja das hat gut geklappt drücken da mache ich noch hier in die hier wird dann einfach abgeschnitten prima ja das ist es gefällt mir jetzt ist noch zu weit drüber okay die spitze ist mir aber auch noch zu weiß deswegen gehe ich da noch mit meinem wischer drüber von hinten ein bisschen und die perle die da drauf ist die knipse ich gleich auch ab weil zum befestigen muss gleich hier so ein mini bread dadurch und das geht natürlich nicht wenn da diese perle in der mitte ist ich bin gleich auch noch ab mit einem kleinen seiten schneider ich glaube da gehe ich auch gerade noch mit ein bisschen stempelfarbe an die ränder der spitze so ein bisschen mit diesen abgetauschten look noch hat so prima diese spitzen gibt es übrigens auch bei funke kram normalerweise also ist jetzt schon eine weile her dass ich meine da gekauft habe aber ich habe die da schon öfters gesehen die perle dann ab man sieht sie teilstift rausholen so dann kann man das gleich wieder zusammensetzen mit dem bread dicke perle fliegende perlen rollende perlen manchmal kurz einsamme ich will das kind die sonst morgen findet und auf ist oder so jetzt kriege ich den metall stifter nicht raus der ist ganz versteckt da so jetzt so dann gucke ich mir genau an wo das genau sein muss dann nehme ich mir die prickel nadel ich habe jetzt hier so bunte breads geholt mir gut gefallen zu den feen dann gehe ich damit einfach durch die beiden spitze teilen durch durch meine scheibe durch das loch nur noch umbiegen so was dann eine seite schon befestigt das gleiche machen wir auch hier unten das ist natürlich ein bisschen futteliger ich denke da aufpassen muss dass man nicht durch beide teile piekst aber wie man vorsichtig ist man kann ja gut aufmachen und rein gucken dann klappt das gut das könnte ich euch jetzt nicht so gut zeigen aber die muss man jetzt innen umklappen dann ist das ganze schön befestigt prima und das wird jetzt mit der gleichen also ich benutze jetzt die gleiche schnur die ich auch hier am rand benutzt habe könnt ihr natürlich auch wieder machen wie ihr möchtet andere nehmen wie auch immer ich finde das aber dann optisch ganz schön und zwar kommt die dann unter die spitze das ist quasi unter dem unter der unter der runden scheibe liegt die schnur unten drunter durch komplett und dann knotet ihr die da erstmal zusammen da reicht doch vollkommen ein doppelknoten dann das hält ja wie gesagt jetzt keine wirkliche kraft aus diese tasche ist ja eher als deko element einmal geknotet jetzt sind es schon spät meine hände zittern ein bisschen zweimal geknotet schneide ich hier das ende ab damit es da unten ein bisschen versteckter liegt ok dann wird das gewickelt deswegen auch mit dem bread befestigt und nicht geklebt damit man schön unter diese scheibe zum wickeln kann gucke ich einfach wie oft ich das so rumwickeln möchte einmal da rum zweimal da rum nochmal hier oben dann lasse ich noch ein bisschen schnur hängen und schneide den Rest ab ich lasse es noch ein bisschen länger weil ich nicht weiß ob ich noch was dran machen möchte so und dann ist der verschluss auch schon fertig für diese hübsche kleine tasche wie ich finde ich habe gerade ein bisschen überlegt was ich mir hier dran hängen möchte und ich habe noch diesen süßen acryl flügel gefunden diesen fehlen flügel auch von funkelkram und den mache ich mir jetzt mit einem biegerring und einer kordelklemme da dran falls ihr das nicht kennt eine kordelklemme ist genau das was das wort besagt sie klemmt sich an eine kordel easy kommt dann einfach guckt ihr wo diese klemme dran soll ein bisschen futterlich das könnt ihr auch ultraschlecht kann ich euch das auch zeigen und dann biegt ihr erstmal mit der hand eine seite runter mit dem finger so dann kann man ihn noch ein bisschen mit einer flachzange festdrücken und dann eben die andere seite dann ist das teil da fest dann einfach ein biegering der flügel hat nämlich hier oben schon ein loch drin wenn man den biegering einfach auffädeln kann das ist alles nicht so meine stärke ich habe zu zittrige finger dafür aber für zwischendurch reicht es so das muss jetzt durch die klemme durch bestenfalls ohne dass es wieder raus rutscht und dann kann man den biegering zukleppen den rest hier von der kordel kann ich noch abschneiden so dann habe ich da diesen kleinen süßen flügel dran hängen finde ich so ganz hübsch ja mehr an deko würde ich quasi an dieser tasche auch nicht dran machen weil ja ich finde dass das reicht schon für in journal drin die ist ja auch innen dekoriert ich zeige es euch nochmal wenn man es aufmacht drehen 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 genau dann hat man ja auch hier die schönen elfen drin deswegen finde ich die tasche schon schön genug so wie sie ist und brauche da persönlich nicht noch mehr deko dran ja ich hoffe das video hat euch gefallen und dass ihr vielleicht lust habt das jetzt nachzumachen und ich würde mich natürlich freuen wenn ihr meinen kanal abonniert einen kommentar da lasst wie ihr das video gefallen habt genau wie euch das video gefallen hat und ja freue mich aufs nächste mal bis dann